Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Let's Play Watch Dogs 2. Äh, nee, das ist ja gar nicht 2, das ist Teil 3, lol. Ja, vorweg muss ich kurz ein bisschen was erzählen. Und zwar kam mal wieder ein Update. Dementsprechend hoffe ich, dass alles wieder recht gut läuft. Gerade eben hat es allerdings einmal richtig heftig gelegt. Beim letzten Mal bin ich eigentlich schon zum Ziel hingefahren. Jetzt muss ich da irgendwie nochmal hinlaufen. Ich hoffe, dass es... Okay, es ist noch ein Stück. Ähm, wie mache ich das denn jetzt am besten? Hm. Ich glaube daran, dass sich jeder ändern kann. Sogar Albion wachen. Vielleicht können wir eine rekrutieren. Ich will den Typen erstmal nur verhauen. Ich weiß leider nicht mehr, wie im Detail das ging. Oh shit, ohne Deckung. Das war jetzt nicht unbedingt schlau. Verhaftet? Uff. Ich wurde gar nicht verhaftet, ich wurde erschossen. Äh, ja. Vorweg muss ich, äh, eine kleine Ankündigung machen. Muss ich jetzt ausbrechen oder spawne ich einfach neu? Muss ich irgendwie handeln? Agentenwechsel. Verhaftet, wie kriege ich die denn jetzt wieder raus? Mist. Äh, ich will jetzt einfach mal kurz sie aus, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Ich habe eine E-Mail von, äh, Ubisoft bekommen. Ich denke, die hat jeder bekommen. ... hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Verstanden, Backman. Mich wird nichts aufhalten. Okay, ähm. Dein etwas tollkühnes Teammitglied sitzt im Knast. Hinter Gittern geht das mit dem Widerstand schlecht. Wird eine Zeit dauern, bis das wieder geht. Aber ich habe einen Tipp. Warum rekrutierst du nicht einen Anwalt für das Team? Ich weiß, Anwälte mag niemand, aber nützlich sind sie schon. Sie verkürzen zum Beispiel die Haft gefangener Agenten. Okay. Kann ich nicht auch einfach sie rausholen? Mission. Ähm. Team. Ah, okay. Sie ist jetzt 30 Minuten in Haft. Okay. Danach kriege ich die wahrscheinlich wieder raus. Und wenn ich eine davon rekrutiere, also einen Anwalt, dann geht das schneller. Okay. Ähm, bezüglich Ubisoft. Genau. Ich habe eine E-Mail bekommen. Die hat wahrscheinlich jeder bekommen, der dieses Spiel gekauft hat. Ähm. In der halt, die sich Ubisoft halt für die Probleme entschuldigt. Wie es bisher gab mit dem Spiel. Und, äh, ja. Die, äh, bitten um Verständnis. Und haben sich sogar entschuldigt. Äh, ja. Und ich weiß, das kostet die nichts und, äh, ja. Das kostet die nichts und ist an sich wahrscheinlich auch recht egal. Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem nett, sowas zu verschicken. Ähm. Und, ja. Dementsprechend würde ich sagen, den Seif verziehen ist okay. Ähm. Und, ja. Ich meine, es wird ja auch langsam besser. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es jetzt wieder besser oder schlechter wurde, muss ich sagen. Äh, ja. Habe ich hier, wie sieht hier meine, meine, muss ich gleich mal kurz ins Waffenrad gucken. Kann ich das auch von hier machen? Ich habe immerhin die Pistole. Okay. Äh, ja. Dementsprechend würde ich sagen, den Seif vergeben ist es okay. Äh. Ja. Und was soll ich da noch groß sagen? Sollen wir jetzt irgendwie mega lange sauer sein? Sehr gut. Es geht um folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Albion verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftung, Deportation, Bombenanschläge. Diese Albion-Typen rechnen sich gerade aus, was für eine Art von Scheiße sie anzetteln können. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer. Das ist der Auftrag. Auf drei, alle Einheiten in der Welt zum Standort begeben. Ähm. Scheiße, ich habe doch nichts gemacht. Ich verhaue den mal kurz. Lol. Äh. Ja, es ist gerade ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Aber... Irgendwie sind jetzt hier noch welche. Kommt jetzt von der Seite. Art Sache. Oh, oh. Ja, äh. Ist irgendwie gerade alles ein bisschen kompliziert, wie ihr schon merkt. Und jetzt am Anfang direkt verhaftet zu werden, war jetzt auch nicht ganz mein Plan. Ich denke, wir werden in der nächsten Folge oder so wieder den Charakter wechseln. Ja, was will man da sagen? Ist jetzt halt passiert. Und ich weiß auch nicht so ganz. Äh. Ja, ich bin halt nicht sauer oder so. Wegen halt der Bugs. Klar, sowas darf bei so einem teuren Spiel nicht sein. Das Spiel kostet in der normalen Version, glaube ich, 60 Euro, was viel ist. Und wo sowas auch nicht sein sollte. Nicht sein dürfte. Aber, ja. Es ist nett gemeint, würde ich sagen. Und dementsprechend... Ja, was will man da noch sagen? Ist nett gemeint und ist cool, würde ich sagen. Da bin ich jetzt nicht irgendwie weiter sauer. Gegen was auch... Passiert. Bin ich jetzt einfach mal freundlich und versuche, diese ganzen Leute hier loszuwerden. Die versuchen mir hier irgendwie auf den Sack zu gehen. So. Genau. Dann würde ich jetzt auch an der Stelle wieder das Thema wechseln. Oh, fuck. Hier ist kein Alarm. Das war nur ein Fehler. Habe ich gehört. Ach, sie hat irgendwie so einen ganz komischen Ruf irgendwie. Also, wie sie halt sich beschwert. Oh, hallo. Hallo. Das kriege ich nicht kaputt, oder? Nee. Ja. Gut. Dann bräuchte ich jetzt... Ja, schieß ruhig auf mich. Mach ruhig diese Scheiben kaputt. Das ist okay für mich. Habe ich jetzt kein Problem mit. Aber das wird leider nicht klappen. Ja. Ich hoffe einfach mal, da kommt jetzt gerade keiner. Kann ich hier irgendwas tun? Anscheinend nicht. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin nicht die Person, die du finden müsstest. So. Jetzt gehe ich mal hier lang. Oh Gott, da ist wieder... Diese komische Dings hat sich wieder aktiviert. Diese komische Schranke. Aber ich denke mal, in dem Raum werden wir... Funktioniert das wohl? In dem Raum... Oh, nee. Das geht nach unten. Das ist ungünstig. In dem Raum werden wir... Doch, da kann ich drüber springen. Werden wir die Codes finden? Da gehe ich sehr, sehr stark von aus. Das ist jetzt auch eine Kamera. Aber gut, das ist jetzt eh schon zu spät. Jetzt habe ich das Ding schon hier. Und drin zu sein ist ja auch immer... Ich werde entdeckt. Wo? Ich werde gar nicht entdeckt, aber okay. Da hinten kann ich das auch mal deaktivieren. Dann verstecke ich mich jetzt mal hier in der Ecke. Komme ich da eigentlich rein? Tatsache. Lol. Oh Gott. Das war knapp. Das war knapp. Hör auf. Sei einfach ruhig. So. Ähm. Kann ich da jetzt nochmal... Wird schwierig. Das wird schwierig. Kann sein, dass ich da jetzt nie wieder drauf Zugriff habe, auf das Ding. Was ich hier reingeschickt habe. Mist. Okay, wir müssen es anders machen. Wir haben hier Kameras. Da ist auch eine. Und da drin ist doch... Genau. Safe auch eine. Und hier irgendwo... Mann. Wieso ist das so nervig? Ähm. Das ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Hier ist der Raum. Okay. Wir brauchen wohl eine neue. Und da... Moment. Wenn ich das deaktiviere und hier das Ding hole... Könnte ich nicht vielleicht da die Türcodes klauen? Das könnte funktionieren. Perfekt. Also ich hoffe, es funktioniert jetzt. Oh, oh. Hat das funktioniert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Hallo? Meine Tastatur wird einfach nicht mehr erkannt. Okay, ich habe jetzt mal rausgetabt. Jetzt seht ihr wahrscheinlich gerade gar nichts. Schwarzbild. Okay. Okay, jetzt wird sie wieder erkannt. Aber ich komme immer noch nicht hier raus. Das ist ungünstig. Ähm. Und bringt mir jetzt auch recht wenig. Ich könnte halt höchstens irgendwie versuchen. Ich lösche den Quantencomputer. Okay. Ähm. Ach nee, das wird nix. Das wird nix. Das wird ganz, ganz schwierig jetzt. Hier mit vielleicht kriege ich... Kriege ich nicht zufällig. Irgendwo hier. Ach nee, das ist schon wieder die falsche. Nee. Wie vielleicht? Ich versuche irgendwie die Mission noch abzuschließen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird. Aber... Ja. Oh, oh. Oh, oh. Okay, ich muss mich hier irgendwie dementsprechend umschauen. Dass ich irgendwie die Daten bekomme. Ähm. Oh Gott. Das Ding ist schon ein bisschen kaputt, glaube ich. Hallo. 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 Ist das jetzt schlimm? Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss gleich irgendwie mal die Mission starten oder gleich das ganze Spiel. Denn irgendwie funktioniert das nicht so recht. Ich gehe mal wieder raus. Nee, ich kann mich nicht bewegen. Ich komme auch nicht mal mehr ins Menü rein. Ja, ich gehe mal wieder kurz raus. Dann sollte das Spiel in den Pausenmodus gehen. Und dann lade ich einfach mal neu. Nee, geht ja gar nicht, ne? Zurück zum Hauptmenü. Ich denke mal, ich lasse das jetzt auch einfach mal komplett drin. Damit ihr halt seht, was für Bugs man hier hat. Denn das, also ich finde, das kann man ruhig in die Kritik mit einbinden. So viel Halt zu, ähm, euch sei vergeben. Ahem. Ahem, okay. Jetzt funktioniert es wieder. Ist der Tower weit entfernt? Ja, na, klasse. Ach, es ist furchtbar. Danke. Jetzt haben wir ein Motorrad. Und dürfen halt den ganzen Spaß nochmal machen. Immerhin wissen wir jetzt schon mal, wie es geht. Dementsprechend sollte das ja recht fix gehen. Ich hoffe auch, dass es irgendwie so ist. So, ich muss gerade mal so ein bisschen auch gucken. Ich habe irgendwie ein bisschen was im Hals. Ähm, lol, okay. So, Moment, ich trinke mal kurz was. Vielleicht geht es dann ein bisschen besser. Ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt da. Sehr gut. Es geht um folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Albion verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftung, Deportation, Bombenanschläge. Diese Albion-Typen rechnen sich gerade aus, was für eine Art von Scheiße sie anzetteln können. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer. Das ist der Auftrag. Ähm. Das reicht jetzt. Ich werde schießen. Ich auch. Tschüss. Gute Nacht. Wer bist du? Okay. Sind jetzt noch viele Leute? Sicherheitsleute? Ich sehe jetzt gerade... Obwohl, ich sehe doch welche. Mist. Jagddrohne. Da ist noch so ein Ding, oder? Ne, das war eine CTOS-Drohne. Hm. Oh, oh. Überwachungskamera? Ja, ne. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hallo, Lady. Sie sollten eher flüchten, würde ich sagen. Wir machen das jetzt einfach hier fertig in der Folge. Ja, ist klar. Wo ist denn jetzt diese Drohne? Bitte strecken Sie Ihre Hände und Arme zu keinem Zeitpunkt aus Ihrem Fahrzeugen. Da. Das ist sie doch, oder? Ja. Jagddrohne. Perfekt. Ähm. Oh, oh. Das war jetzt irgendwie nicht ganz so nett. Bereich gesichert. Drücke vor. Du kannst dich nicht ewig verstehen. Was bist du? Drohne. Diesen Sektor nicht du. Ähm. Okay. Irgendwie konnte ich die jetzt gar nicht kapern. Dich kapern. So. Oh. Sie wurde einfach instant zerschossen. Ja, okay. Wir müssen jetzt irgendwie in frontalen Angriff gehen. Es wird anders nichts. So. Okay. Den sind wir auch los. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch. Ähm. Wo? Ach, der da unten. Arsch. So, weg mit dir. Oh, ja. Jetzt müssen wir eben kurz gucken. So, okay. Das da kann ich dann auch direkt deaktivieren. Und hier habe ich jetzt schon Zugriff. Momentchen mal. Äh. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay. Ich brauche wieder den. Obwohl, nee. Den habe ich ja unten bekommen, ne? Unten habe ich den Zugang bekommen. Hm, okay. Das kriegen wir hin. Ich müsste auch theoretisch noch weiter nach oben. Um die Punkte zu bekommen. Da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Obwohl, die sind bestimmt da, ne? Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Habe ich zufällig? Nee, habe ich natürlich nicht. Das ist jetzt nicht so günstig. Aber wir machen die ganze Mission jetzt einfach in dieser Folge hier fertig. Das ist okay. Ich denke, das schaffen wir auch. So, okay. Brauchen wir einmal das. Und einmal das. Dann müsste ich hier jetzt wieder einmal durch. So. Einmal hier rüber springen. Hi. Oh nein. Okay. Ist jetzt schon ein bisschen kaputt. Aber das ist eigentlich recht egal. Ähm. Ah, okay. Jetzt habe ich den zerstört. Ups. Müssen wir uns einen neuen rufen. So, okay. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Diese wird wahrscheinlich nach oben führen. Oder? Oh. Die sind hier nicht dumm. Ähm. Ähm. Hallo. So. Dann muss ich da jetzt auch gar nicht groß drumrum dingsen. Sondern kann einfach hier durchgehen. Was ganz gut ist, denke ich. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich hier jetzt sonst reingekommen wäre. Aber ist okay. Ich würde jetzt erstmal hier lang gehen. Und hier geht's bestimmt gleich nach unten. Warum? Ich dachte, es wird nach oben gehen. Hallo. Ja, nee. Ich würde dann erstmal wieder zurückgehen. Und gucken, ob wir die Punkte bekommen. Oder wir bräuchten halt eine Drohne. Und die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Oder sind hier zufällig noch Blumendrohnen? Ja. Die kapern. So. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber. Oh. Okay. Äh. Hier ist schon auf. Äh. Okay. Da muss ich dann wohl doch mit dem anderen Ding hin. Aber von hier aus kann ich zumindest gucken. Wenn das theoretisch funktionieren würde. Allerdings müsste ich auch da irgendwie rauf. Wie soll das möglich sein? Hier rauf. What the fuck? Ähm. Ich weiß nicht. Ich würde hier vielleicht nochmal das andere Ding anschauen. Wo führst du hin? Hier her. Okay. Nein. Nein. Oh Gott. Ich brauche eine neue Blumendrohne. Dich. Oh Gott. Okay. Ist es offen? Ja. Okay. Wo führst du hin? Oh nein. Oh nein. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Hier vielleicht. Ja, das können funktionieren. Okay. Wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan. Das ist okay. So. Das wird jetzt alles ein bisschen länger dauern. Aber die Punkte nehme ich jetzt mit. Wenn ich jetzt schon an dem Punkt hier angekommen bin, dann gehe ich nicht ohne diese Punkte nach Hause. Da sage ich, wie es ist. Und wir mussten das ja nochmal neu machen, weil einfach meine Tastatur nicht mehr erkannt wurde. Okay. Danke dafür Spiel. Äh. Ja. Dementsprechend ist das glaube ich okay. Da hängt jetzt meine Drohne drin fest. Fond ich schon irgendwie ein bisschen lustig. So. Ähm. Hi. Ja. Hi. 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 Was auch immer du bist. Äh. Hi. Okay. Jetzt bin ich hier. Werde hoffentlich nicht entdeckt. Ich habe irgendwie gerade so eine ganz... Wollte ich gerade sagen. Ich habe eine ganz komische... Ähm. Ja. Einen ganz komischen Blickwinkel. So. Und hier sollte ich jetzt theoretisch da reinkommen. Und da sind meine Punkte. Okay. Ich warte jetzt, bis das ausgelöst hat. Ich mache das nicht nochmal. So. Danke. Zehn von zehn. Jetzt kann ich den Spider-Bot zerstören und mir da direkt einen neuen ziehen. Ähm. So. Lösche den Quanten-Computer. So. Der Zack weiß, wie man wo reinkommt. Hi. Ist er jetzt gelöscht? Ähm. Ich glaube, es ist... Es ist dabei, oder? Sieht zumindest so aus. Ich bleibe mal ein bisschen näher dran. Vielleicht geht es dann schneller. Äh. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Hm. Damals ist es fast gelöscht. Hoffe ich zumindest. Du bist ein Naturtalent. Als nächstes warten wir darauf, dass Naut sich wieder bei uns meldet. Aber warte nicht hier. Das wäre eine Scheißidee. Auf jeden. Gut. Ähm. Wir sollen jetzt nur noch entkommen. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Über eine Bewertung, einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Ich hoffe, solche Bugs gibt es nicht wieder. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass es dann besser geht. Bis dahin. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.